Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, ganz große Spannung. Noch größere Erwartung, Kribbeln im Bauch, wer von uns hat das noch nicht erlebt, wenn er zum ersten Date gehen würde? In dieser Befindlichkeit befinde ich mich bei der Two Transats Performance, immer am zweiten Donnerstag im Monat. Der Titel der Performance heißt InSibit, Anfang, Beginn und mein heutiger Performance Partner ist der spanische Komponist und Guitarist Agustin Castilla-Avila. Er wohnt, Gott sei Dank, in Salzburg und wir durften schon mehrere Projekte gemeinsam machen. Eines der Highlights war 2012 beim Aspekte-Festival, bei deinem Stück Du bist es. Jetzt kamen wir schon zu einer interaktiven Zeichenkomposition und 2015 machten wir eine Transit-Tour nach Nordspanien, Orense, in der Nähe von Santiago de Compostela. Und es begegnen sich abstrakten Länge mit Linien, mit abstrakten Linien. Und der Medienphilosoph Wilhelm Flusser, der hat sich auch sehr viel mit Abstraktion beschäftigt, der hat gesagt, die Absicht jeder Abstraktion ist es, die konkrete Umwelt aus einem Abstand heraus in den Griff zu bekommen. Und da sehe ich die Transit-Tour ganz aktuell als Dialog, wo man hier im Atelier auf kunstimmanenter Art und Weise den, man kann auch sagen, Interaktion, auch manchmal den Konflikt, den Dialog, den gelungenen Dialog, den misslungenen Dialog beobachten kann. Und dazu möchte ich Sie ganz herzlichst einladen. Die Performance wird eine halbe Stunde dauern. Nachher möchte ich Sie noch bitten, dass Sie ein bisschen bei uns bleiben und bei einem Gläschen Wein über das Erlebte sprechen, wo wir gemeinsam diskutieren. Die Performance wird eine halbe Stunde über das Erlebte sprechen. Die Performance wird eine halbe Stunde über das Erlebte sprechen. Die Performance wird eine halbe Stunde über das Erlebte sprechen. Musik 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 Hier Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.